Hallo und herzlich willkommen hier bei Butterplay, ich bin der Lutz und willkommen zurück hier beim Fernbrüß-Simulator. Leider hat es gerade mein richtiges Intro entschärft, das will irgendwie OBS, ne nicht OBS, sondern primäre nicht richtig verarbeiten. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass die Runde was wird, weil oioioioioi, hier geht es richtig heiß her dieses Mal mit Sachen, die ich diesmal nicht provoziert habe. Freut euch drauf, lasst einen Kommentar da und eine positive Bewertung, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dahin! Viel Spaß mit dem Video und sage euch gerade, bis dahin! Bus, komm her! Lang nicht gesehen! Mach auf! F... Achso, halt, war F9, richtig? Ne, linke Maustaste. Lange nicht mehr gespielt, das Spiel. Hm. So, einmal hier rein. Also, ich habe hier eben von einem Special Twist gesprochen. So, F9? F9, genau. Ja, ich habe hier eben gerade von einem Special Twist gesprochen. Das ist das Geräusch, was ich hören wollte. Und zwar, wir haben heute folgendes. Wir nehmen heute jede Abkürzung, die wir kriegen können. Ich will nämlich einfach bloß ganz schnell durchfahren. Ganz, ganz fix, fix, fix. Und dann... Sollten wir auf der anderen Fahrbahn... Fahrbahnseite... Das klang sehr gesund gerade eben. Sollten wir auf der anderen Fahrbahnseite landen... Ich darf nicht die richtige Fahrbahnseite benutzen. Ja, das fängt ja schon wieder gut an, ne? Oh, guck mal da denn, Audi. Ja, ja, schubst nicht mal weg, ne, Audi. Ich brauche ein bisschen Platz. Achso, er fährt von uns weg. Warum nicht? So, und... Let's go. Okay, ich imitiere jetzt nicht noch die Fahrbahnseite. Also. Das heißt... Nehmen wir auf der... Okay, wie kann ich hier jetzt bitte schon feststecken? Achtung, der Vollnup ist wieder unterwegs. Das rette sich, wer kann. Klar, ich bleib da einfach mal so stecken. Wissen Sie, hier hat nicht so richtige... Wände. Alles hat... Ist hier voller Clippingfehler, will ich damit sagen. Aber diese scheiß Einkaufshalle... Die hat natürlich... Eine unsichtbare Wand. Die hat natürlich was, wo ich nicht durchclippen kann. Ah ja, klar. Komm, fahr mir weg, du Audi. Das ist denn super, Audi. Nein, du fahre. So fährt jetzt mein Bus jetzt. Wieso konnte ich den jetzt nicht hier voller Kanne umbrennen? Sehr interessant, erst eine super Einkaufshalle. Das ist der andere, der hat den jetzt auch reingefangen. So mal, Dude. Siehst du hier nicht, dass ich... Deutschlandstraßen. Das ist wirklich tatsächlich auch eine sehr gute Simulation. So, jetzt hab ich den noch einfach. So, jetzt fahr ich hier voll rüber. Das wäre doch scheißegal. Wow. Ja klar, so ein LKW kann ich wegschubsen, aber ein scheiß Audi nicht. Ist klar. Ist klar. Noch irgendein Logik-Anfall-Spiel. What the fuck? Jetzt mal ehrlich. So, jetzt müssen wir uns aber weilen, weil ich hab jetzt hier schon drei Minuten verplempert mit nem fucking Audi. Peitsch, peitsch. Schneller, Karre, schneller. Halt, äh... Nee, halt, wir müssen das doch auch noch bringen. Uh. Jetzt hier rum. Romm, 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 romm. Hui. Ja, ja. Boah, du war eben bloß in der Lampe. Hallo, Ampel. Ups, ah. Oh, Konkurrenz. Konkurrenz. Bestimmt Konkurrenz aus Wernigerode. So. Und da wären wir. Und... Anhalten. Und... C. Genau. Und Tür auf. Ja, wissen Sie heute mal hier so über die Straße. Oh Gott, wie ich gefragt habe. Absolut parallel zum weißen Streifen. Check. Absolut nicht stehend auf der Fahrbahn. Check. In Fahrtrichtung. Check. Ich steh perfekt. Ne? Moin. Mahlzeit. Ist das gut? Ist das gültig? Ja, wir müssen erst mal gucken. Lass mal einloggen. Ihr Gesicht sieht ziemlich eingedrückt im Übrigen aus. Ja, ja, komm mit. Ja. Äh, steht ja eigentlich mit dem Juk hier rein. Ja, kannst du. Ja, im Übrigen, alte Omis nehme ich heute auch wieder nicht mit. Nicht bloß erwähnen. Nicht bloß erwähnen. So, biep. Komm rein. Hi, Dude. Hey, cooler Hut. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ah, wisst ihr. Ich würde dich auch mitnehmen, wenn... Wenn... Naja, der Hut zählt, ne? Bis man auch falsch fahren würde. Mahlzeit. Hier, mein Ticket. Was ist mit der alles? Was hat denn die für eine Frise? Hat die eine Gardine auf dem Kopf da hinten? Danke sehr. Alter, die hat ja wirklich eine Gardine auf dem Kopf. Moin. Willst du, bin ich hier richtig? Danke sehr. Ja, und Friseur wäre auch nicht schlecht. Moin. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ja. Sehr freundlich. Na, irre ich mich, oder sind hier keine alten Omis oder... Moin. Fahren Sie in meine Richtung? Ja, ja, tue ich. Ciao. Fahren Sie in meine Richtung? Ja. Cool. Hallo. Hallo. Ich benötige noch ein Ticket für dich. Ah. Kölner, wo bist du? Da wirst du können. Danke. Mahlzeit. Hier mein Ticket. Vielen Dank. Ich bin stolz auf euch. Alle wollen sie erstens meine Richtung, zweitens keine alten Ölmens. Ein Traum wird wahr. Ein Traum wird wahr. Na dann, ab ins Gefährt. Halt. Kommen wir mal zu. Ja, also Leute, Moment, bevor... Ich hatte mich auch schon aufgeteilt. Also, bevor wir losdüsen, anschneiden bitte. Gut, okay, da wollen wir mal. Oh, nö, ich bin heute guter Dinger. Also wirklich, so. Jetzt muss ich bloß halt gucken, dass ich die Taxe da wegschubse. Sehr gut. Ja, deswegen sollte man sich einschneiden. Wenn man mit mir fährt, ist man nie sicher. Wie funktioniert das mit dem WLAN? Achso, ich glaube, L, ne? Ich hoffe. Wollen wir gleich sehen. Was ist mit dir los, Kollege? Mach mir nicht alles nach. Ne? Wäre ein Verworteil, wenn du da mir nicht alles nachmachst, ne? Gut. Geil, antworte mir halt nicht. Hub dir doch mal zum Abschluss. Und jetzt, let's go. Kölle. 276 Kilometer entfernt. Ist das hier Alarm für Anaconda 12? Richtig. Wir spielen heute Alarm für Anaconda 12 und rammen auch alles und gehen um. Ja, das ist... Habe ich diesen anderen Special schon erwähnt? Ich glaube nicht. Und selbst wenn, entschuldigt bitte, ich will es bloß noch mal betonen. Hier, guck mal, zum Beispiel den hier. Ist die Verbindung so schlecht oder das WLAN-Defekt? Oder war das K? Ach ja, ich habe so keinen Bock zu gucken, was das für eine Taste war. Einfach bloß durchherschen hier, Alter. Gucken einfach während der Fahrt, seien die sich den knapp rauskriegen, haben sie Glück. Das ist kein Elch-Test. Nicht? Ich dachte. Ich dachte, ihr seid Test-Dammys. Teuer bezahlte Test-Dammys. Echte Unfall. Okay. Ah, das ist bestimmt die Stange. Ach, da haben wir wieder den super, super Markt. Na ja. So. Raus hier. Ja, wenn ich da gerade die Baustelle sehe, auf der Map. Baustelle haben wir auch richtig im Keller. Ich komme in die Toilette nicht rein. Das war oben, glaube ich. War das oben? Ich hätte vorhin mal gucken sollen. So, halt. Ich habe hier davon gesprochen, jede Abkürzung. Das hier ist... Hey! Oh, scheiße! Das war eine ziemlich schlechte... Sie sollten mehr auf ihr Navi gucken. Ja, das hätte ich tatsächlich, Madame. Da gebe ich Ihnen recht. Anhalten. Vollgas. Vollgas. Achso, halt. Und... Hey. Oh. Let's go. Oh, ich war nicht mehr aufzusehen. Kannst du. Ah, vielleicht auch nicht mehr aufzusehen. Ich möchte immerhin bei DSDS mich dieses Jahr bewerben. Oder viele mehr nächstes Jahr, ne? Ist das überhaupt noch... Ist das nicht mal das Wort? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das nie verfolgt. Ich bekomme keine Verbindung zum WLAN. Äh... J? Du hast von nichts. Äh... Okay. Wir müssen mal ganz kurz resetten. Da komme ich nicht mehr da. Na, perfekt. Ähm... P? Ne, halt. Das war gut. Oder? Die beschweren sich nicht mehr. Ja, vielleicht schon ein Club gefunden haben. Ich bin sehr, ich gebe einen Bock zu suchen. Ne. Sollen sie wegkommen. Das wollte ich das einzige sein, wo sie sich heute beschweren werden, ne? Ha, ha, ha. Ha, ha. Boah, ist diese I will lache. Ich verstehe es selber nicht. Egal. Lade uns einfach hier. Wer hat den Schlüssel zur Toilette? Hab ich eben schon probiert. Oh, 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 oh. Ja, das kommt davon, wenn man weiter die Fahrt verlangt aufs Klo gehen. Ja, oh, halt, das war das M. Ah, I war was, sehr schön. Ah, jetzt beschwert sich die auch noch. Ja. So, 23 Grad sollte den noch bereichen. Das ist jetzt, da habe ich auch noch irgendwas angemacht. Ist gerade interessant, wie ich blind fahre. Ich klappe nochmal auf U. Das mache ich verdammt nochmal auf U. Es fliegen jetzt zwei Lampen. Kein Weiß. Oh, hallo LKW. Oh, der ist schon im Brandgrad und da war er weg. Adios, Amikas. Gut. Ich habe jetzt zwei Lampen an. Ich hoffe, das sind die zwei richtigen Lampen. Wenn nicht, haben sie Pech. Ach, der Frankfurter Flughafen. Ja, den habe ich ja so positive Erinnerungen, ne? Aber nicht Buggy, nein. Und, nein. Wie gut, dass ich dann die zwei nicht hinfahre. Da, Taxi. Brauchen wir schneller. Schneller da vorne. Hallo. Im Übrigen, reelle Geschichte. Im Kreisverkehr. Im Kreisverkehr, irgendein Assi-Taxifahrer hubt da hinter mir mich voll, weil ich da noch jemanden durchlasse. Wie funktioniert das? Über den Fußgängerüberweg. Beziehungsweise, weil ich ihm zu langsam war. Also, auf Taxis habe ich gewissen, passt jetzt hier im Spiel. Da kann ich mir dann die, ne? Also, in GTA würde ich ihn rausziehen und dann das Taxi klauen und zu Schrott fahren. Hier kann ich es einfach so von der Straße wegschubsen. Das ist immer so richtig geil, ne? Die Eronie war ja ein paar Tage später, sehe ich denn noch einen anderen Taxifahrer, der vorne die Stoßstange total zerkratzt hat. Und da habe ich mir... Ich gebe zu, sarkastische Hintergrundgedanken hatte ich da schon. Das gebe ich hiermit offiziell zu. Aha. Nichts geht aber über Motorradfahrer und Fahrradfahrer. So, genug über den Straßenverkehr. Wie funktioniert das mit dem WLAN? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt schon jede Taste. Probe! Okay, ladies and gentlemen, wir haben hier eine kurze Pause. Ähm, nein, haben wir nicht. Welche Taste war das nochmal? Ich gucke nicht. Ich weiß ganz genau. K? So ein Rausch. Habe ich eben schon. Das war einer von diesen, bitte. Warte mal, L? Habe ich I? Ne, I, wo? Ach, I ist WC. Jetzt sehe ich das U. L, was ist WLAN? Das ist Z. Z ist die Zielanzelle. Ah, ja, ich vergaß. G? Aber passiert bei J nix. L. Ich habe jetzt gerade aufgedannt. Nichts hierüber. Geil. Mit L geht das also. Wo ist das scheiß WLAN? Ich drücke einfach da. Dann werden sich nochmal einer beschädigt am Arsch. Dafür fahre ich jetzt mit voller Beleuchtung. Mitten am Tag. Wie kriege ich das jetzt wieder aus? Hier? Das hört sich schon mal so oft mit Licht aus. Ne, halt zwar nicht mehr. Ne. Das ist hier kein Tiefkühler. Oh, tut halt die Klappe. Ich habe das auf 23 Grad, Junge. Sonst noch im Wunsch. Vielleicht noch ein Vier-Starte-Menü. Meine Fressen. Die haben doch einer noch Waffe hier. Gut. Jetzt lasse ich es mal weiter. Ich weiß, da unten zwischen dem Denkrad, da gibt es dann eine Lampe, die muss blinken. Da weiß ich, dass WLAN an ist. Toll. Ich werde ich eine Herausforderung machen, dass ich möglichst nicht nach drüben komme. Jetzt ist die Herausforderung, finde auf dem Weg den Knopf zum Einstellen. Aber gut, wir haben jetzt 175 Kilometer weg. Das ist nicht schlecht. Aber es beschwert sich auch gerade keiner über das Leben. Haben die das rausgenommen? Das will ich das nicht mehr an die Zektorfehlern anziehen. Oder nicht? Was ist das? Hatte das? Wenn ich hier auf den Punkt drücke, Ich bin zu jung zum Sterben. Nee, wisst ihr nicht. Hä? Was ist auf den Punkt? Komische elektronische Geräusche. Ich dachte schon. Das ist doch keine Verfolgungsjagd. Nicht? Nee, das verwechselst du gerade. Ich war hier im Rennen. Wer als erster in Magdeburg wollte ich gerade sagen ist. Nee, ich meinte natürlich Köln. Klar, wir fahren nach Köln und eigentlich will ich nicht nach Magdeburg, weil das ja auch in der entgegengesetzten Richtung liegt. Ich meine wirklich, wir fahren jetzt ganz in den Westen und Magdeburg liegt im Osten. Worte ich. Natürlich. Wie kann ich die beiden Städte denn verwechseln? Mein Gott, ist der auch auch wichtig. Ist es noch langsamer und wir vertersprechen? Die Idiot. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Du warst doch derselbe, der sich aufgeregt hat, dass 23 Grad zu kalt ist, ne? Ich habe bloß wieder Nein geschalten. Ich habe gar nicht mehr. Gut. Okay. Warum habe ich das doch irgendwie durch mehr rausgefunden? Ähm, im Augenblick ist es der Beklopter, ne? Aber sie sind selber schon, sie sind eingestiegen. Sie wollten einsteigen, okay? Okay, nochmal hier. Komm. Ja. Ich will euch loswerden. Außerdem bin ich schon ziemlich spiel dran. Jetzt musste ich gerade ganz doll das unterdrücken, dass ich wieder irgendwie in Pseudodialekt spreche. Deswegen kann ich das gerade so komisch. Oh, guck mal, ein Autounfall, cool. Ähm. Nein, aber, äh, die ich jetzt, wir haben es jetzt hier. Ist immer wieder geil, wenn ich den Weg auf gucke. Ich weiß gar nicht, sieht man das? Da geht die Zahlen nicht mehr richtig. Ich weiß nicht, was das sein soll. Gleich. Ah, es ist jetzt also 16 mal 11. Ähm. Ja, ich hoffe, das Video geht heute noch online. Gerade lebt im Übrigen. Er liegt vor so auf noch eine zweite Runde. Die wollte ich eigentlich ganz auch schon hochladen. Aber ich gehe jetzt schon, da habe ich mit den Jungs doch, Battle Unknown, nee, Players Unknown, Battleground, Players Unknown, Battlegrounds gespielt, ja. Das Spiel ist geil, aber der Name ist kacke. Herrlich. Ja, werden wir auch nachher noch mal ein Infobio zu sehen. Zu dem Spiel. Und dann gebe ich zu, ich werde das jetzt so gerne mal mit euch spielen. Äh. Sekunde. Handy. Handy. Ich werde das hier mal zu gerne mit euch spielen. Das ist kein Elf. Das ist kein Elf. Das ist Dragonball Dekobattle. Das ist Dragonball Dekobattle. Ich habe keine Ahnung. Nee, aber ich werde halt wirklich übel gerne mal mit euch Dokkanbettet spielen. Aber mein Handy macht halt nicht mit. Wir haben versucht da mal Screen Capture zu machen mit. Der ist noch mal in einem Fall passiert. Ach, meine Fresse. Die haben alle Angst vor mir, glaube ich. Äh. Die stehen da einfach los, um die auszuweichen. Hier, das passiert jetzt auch. Oh, das tut mir aber leid. Nee, aber ich werde halt mit euch auch mal Dokkanbettet spielen. Das war euch gemützt. Super. Aber es geht leider nicht. Aber ich werde mal gerne. Und ich werde gerne mit euch Metroid spielen. Aber ich traue mich. Ich traue mich wirklich nicht, Metroid mit euch zu spielen. Weil ich bin so ein Kackdruck in Metroid. Auch wenn ich das Spiel liebe. Aber. Ah. Also den bräuchte ich dafür auch noch einen 3DS mit Capture Card dann für November. Ne. Könnte man das so schön durchziehen. Also mit Metroid Zero Mission anfangen. Remake vom ersten Teil. Dann den Remake vom zweiten Teil. Halt, Maul. Ich sehe Luft, soviere hier gerade. Blede Kuh. Ja, könnte man halt den Remake spielen. Hier Samus Returns, der jetzt im September rauskommt. Aber, hm. Hab hier keinen 3DS mit Capture Card leider. Dann könnte man ja jetzt, wo der SNES Mini rauskommt, schön Super Metroid spielen. Das Ding, das kriegst du aber nicht so einfach. Na gut. Interessanter Effekt gerade auf der Straße. So extrem reflektiert die Straße. Und auch wieder nicht spielen. Was ist das? Ist das gerade hier so trüb und so? Interessant. Ähm. Kein Alkohol am Steuer. Ich trinke im Übrigen kein Alkohol. Der schmeckt mir nicht. Ich mag kein Bier nicht, weil das ist mir zu bitter. Und Spirituosen trinke ich nicht, weil ich hasse das, wenn mir der Alkohol so im Kratz, äh im Hals kratzt. Ich fahr hier jetzt nicht so bescheuert, weil ich alkoholisiert bin, ne? Ähm. Ja. Ähm. Muss ich mal gucken, ne? Aber mit 3DS könnte man ja zur Noto mit nem Emo theoretisch spielen, praktisch. Äh. Ich weiß nicht. Äh gut, der SNES Mini ist ja bra... Oh. Alter, wo hast du denn dein Führerschein gemacht? Bei dir. Ähm. Ja, müssen wir mal gucken. Aber ich hab da ein mega Bock drauf auf, 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 bei Troid bin ich auch nicht mal. Wir müssen mal gucken. Ja, ich weiß auch gar nicht, glaubst du, dass ein guten SNES Emulator gibt, ist richtig. Ähm. Ach, trotzdem muss ich mir nicht. Ich muss mal gucken. Ich muss mir den SNES Mini für die Sammlung dann machen. Ich muss den unbedingt haben für Super Metroid. Und vor allen Dingen, ich, ich kenn mich beim Nintendo nicht so aus. Also ich werd niemals wert Mario spielen. Mario ist für mich, boah, nee, Horror. Aber Zelda und so, was war ich dann nach unten? Auf dem SNES Mini, da waren doch zwei oder drei Zelda-Spiele drauf, ne? Gut, ich lüge. Ich hab ein Zelda-Teil gespielt. Und zwar das Original. Das Original Zelda, ähm. Was es damals für die, für das Nintendo Entertainment System gab. Ja, allerdings hatte ich das für Game Boy Advance. Da gab's mal so eine Nintendo Classic Reihe. Da hab ich mir den allerersten Zelda damals geholt. Wenn sie wollen, dass uns schlecht wird, dann haben sie es gleich geschafft. Oh ja, ähm. Nicht frühstücken, wenn du mit mir fährst, ja? Obwohl, das konntest du ja nicht vorher, bis es nicht kommen, ne? Ja, ähm. Vor dir sind Konztyten. Äh, ja, aber. Ist auch so eine Reihe, die mich da interessiert, ne? Aber kein Mario. Ne. Mario bleibt mir weg. Ich bin so, ich bin, meine, ein, zwei nur große Probleme bei Metroid ist das Jump'n'Run. Mhm. Was mach ich denn erst bei, oder das Jump'n'Run-Element? Ich will mal das genauer sagen, ja, weil, äh, Metroid ist ja nicht ein Jump'n'Run unbedingt. Das ist vielleicht eine Schaukelei hier. Ja, sorry. Also, Metroid ist ja, es ist Metroid. Es gibt ja jetzt das Wort Metroidvania-Spiel oder so ähnlich, ja. Also, dass, dass ein Spiel sich ähnlich spielt wie Metroid, ja. Dass man halt dieses, äh, dass man halt ballert, kann man das so sagen. Und dann so ein gewisses, so ein gewissen, äh, Jam-Harder. Alter, mein Horn gerade. So ein gewissen, ähm, Jump'n', so ein gewisses Jump'n'Run-Element. Jetzt habe ich's endlich, meine Fresse. Was war das gerade? Ich hab keine... Wow! Ohohohohoho. Wenn Sie wollen, dass es nicht schlecht wird, dann haben Sie es gleich geschafft. Dude, wo kommst du denn her? Ich so ne Sophia hier gerade über Jump'n'Run-Element und dann steht hier noch so ein fucking Audi oder was? Kann ich mich jetzt an dem vorbei teleportieren? Alter, wo kommt der denn her? Ehrlich mal, wo kam der jetzt her? What the fuck? Und ich hab mir Sorgen gemacht, dass es hier heute hier nix zu gucken gibt. Das kommt davon, wenn man so lange mit dem Wort Metroid-Mania und Jump'n'Run-Style-Element umhantiert. Alter. So, bevor war ich gerade stehen geblieben. Ja, also Metroid ist ja viel geballert und dann halt so ein bisschen Jump'n'Run mit drin. Und ich bin einfach nie will Kacke Jump'n'Run, also ehrlich. Richtig Kacke. Deswegen, Mario spielen, komplett Jump'n'Run. Oh Gott, ey, danke. Das wäre Horror. Das wäre wirklich Horror für mich. Warte mal, ist das... Der Rügel ist ja schon in der Dom. Wir sind ja schon in Köln. Alter. Ich dachte, es ist ein Bus mit eingebaut. Düsen! Was war denn das? Das war episch. Kann ich das nochmal machen? Ich will das nochmal machen. Oh, jetzt stecke ich hier schon wieder irgendwo fest. Wahrscheinlich, weil der... Das Nachbar-Auto da gerade feststeht. Oh, das wäre gerade übel peinlich. Warum habe ich so ein Problem damit zu sagen, Jump'n'Run-Element? Jetzt geht's doch. Egal. Alter, aber jetzt ist richtig das Herz in der Rose so kurz, als der da rumstand. Aber hey, wir sind in... 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 Völler angekommen. Anderthalb Stunden vor der Zeit. Was ich denke... Nun kann man zufrieden sein. Ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Da haben wir jetzt auch Köln freigeschein. Da können wir jetzt ein bisschen... Ja. Für gewöhnlich, ja. Guck mal. Und ich kann auch für gewöhnlich hier einfach mal so drüber wegfahren. Da regt sich jetzt keiner auf, ne? Hey, das war ein Blitzern! Ach, nee! Und ich dachte, das war der Fotograf, den ich gestern bestellt habe. Ich hab' dir gesagt, da stell dich da mal hin, Fotograf. Fotografier mich, wenn ich da mit 100 in die Stadt rase. Soll das so sein? Was soll das so sein? Hä? Was soll das so sein? Ich muss hier abbiegen. Wuh! Was für ein Seegang ist das? Da wär' ich beinahe nochmal auf die Fresse geflogen mit dem Deil hier. Auf die Seite geflogen, mein ich, auf die Fresse. Was soll ich euch mal vorstellen? Ihr fliegt hinten und dann kippt der Bus auf euch drauf. Okay, da gibt's nichts... Da gibt's nichts, was vorzustellen. Da ist mein Blatt. Bonn! Ich muss jetzt Richtung Bonn, echt jetzt? Alter, wo hast du denn dein Führerschein gemacht? Das hab' ich eh schon gesagt. Bei dir, Junge. Ja, ich weiß auch, dass du kein Fahrlehrer bist. Deswegen fahre ich ja so beschissen. Da ist doch ein Kölner Deil. Ich war übrigens noch nie in meinem Leben in Köln. Ich nicht. Ich war nicht mal so wirklich in Berlin. Und das geht auch hier in Flensburg. Ja, wie gut, dass wir da in Köln sind, ne? Das interessiert mich da Flensburg. Ja, Gott, der war schlecht, entschuldig bitte. Das ist dann erstmal gut drauf und trotzdem macht das schlecht. Das ist echt krass. Ne, Buller? Ne? Upsalabo! Mir wird gleich schlecht. Mir auch. Dem wohl bestimmt auch, der da eben weggeflogen ist. Ei, ei, ei. Schwere Unfall. Oh, ja. Oh, hier, guck mal. Oh, jetzt ist mir das nochmal passiert. Oh, Hammer. Hammer, Hammer, fort. Ei, ei, ei. Das war jetzt echt ne Fahrt, ey. Ist dieser Fahrer auf dem Gaspedal eingeschlafen? Ich weiß nicht, ich fahr doch plus 80 in der 50-Zone, da ist doch noch nicht schlimm. Das hast du denn? Uh, muss ich jetzt hier rein? Ne, ich muss ich nicht. Das ist ja die reinste Buckelpiste. Ja, warte mal, ich muss nochmal Reset. Ich bin gerade bei Chappie-Bogen. Natürlich habe ich oft Reset gedrückt, ne? Aber auch einfach, weil es schneller geht, als er dann in fünf Jahren zu wenden. Jetzt wäre ich bestimmt gleich wieder gelobt, wie überpünktlich ich es doch war. Wollen wir mal wetten? Du fährst zu schnell. Ja, jetzt noch Flügel und wir heben ab. Oh, das wär's, ne? Da könnte ich wirklich Tobel den Gefallen tun und zum Frankfurter Flughafen fliegen. Das wär's doch. Oder gleich nach Stuttgart. Ups. Sorry, Shit. Taxi. Ne, heute nicht. Heute fahren wir Bus. Ist das so schwer, gerade zu fahren? Dude, ich muss ja einbiegen. Ja, nicht jedes Mal, wenn ich die Korre fahre, ist das nicht so weit die Korre. Ja, wir sind da. Ist das eine Überraschung, so wie ich gerast bin? Erstmal in die frische Luft, ne? Ah. Ähm. Also, ich weiß ja nicht, wie's euch so geht, ne? Aber, ich glaub, ich hab mir ein Souvenir mitgenommen. Ja. Also. Wow. Mein Souvenir. Wartet mal. Tatsache. Dein Bus steht in der Luft, kann das sein? Das ist das Spiel. Oh. Oh. Entschuldigen Sie, Ma'am. Äh. Sie haben Ihre Beine im... Oh, sie auch. Oh, sie alle haben ja Ihre Beine im Auto vergessen. Im Fahrzeug vergessen. Ups. Sorry. Na gut. Ähm. Ich lass sie dann mal mit ihrem Elend alleine. Geh mich jetzt hier verstecken, bevor die Bullen kommen. Und dann, würde ich sagen, loggen wir uns doch mal aus, ne? Einmal ausloggen, bitte. Und diesmal gehe ich nicht gleich auf weiter, ne? Diesmal gucken wir uns das ein. Okay. 12 von 12. Verkaufte Ticket 2. Alles gut. Kontakt mit Zentrale 0. Oh. Ups. Ich weiß nicht mal, wie man zur Zentrale Kontakt aufnimmt. Also am Arsch. WC-Freigabe 95%. Okay. WLAN-Freigabe 77%. Da waren die Leute ja mal zufrieden. Verkehrsregeln. Sachschäden 27%. Mhm. Unfälle 22. Mhm. Radarkontrollen 3. Mhm. Fahrverhalten. 39,2% auf der Straße. Wir hatten die ganze Zeit Autobahn. Kann ich doch alle drei... Whatever. Whatever. Nehmen wir uns einfach in den Lenkverhalten. Mhm. Bordsteine 1. Geschwindigkeitslimit 70%. Ja, komm. 70%. Ne? Seid froh, dass da nicht nötig steht. Und Sicherheitsabstand nicht ein... Pff. Sicherheitsabstand ist doch bloß was für Pussy. Seh. Okay. Aktuelle EP 165. Totale EP 1747. Oh, nicht schlecht. Heißt das, wir können jetzt endlich nach Stuttgart fahren? So wie ich es schon die ganze Zeit vorhabe? Ne, das nicht. Aber wir könnten nach Mannheim fahren. Das könnten wir uns eigentlich wirklich überlegen, ne? So von Frankfurt mal nach Mannheim und so. Jetzt haben wir ja hier Köln. Da könnten wir Düsseldorf-Diesbach mal so anfahren. Essen, Dortmund. Und naja, gut. Also könnt ihr ja mal mir in die Kommentare schreiben, wo waren wir hin? Mannheim oder dann doch eher Düsseldorf, ne? Da geht gerade so eine Strecke durch den Kopf. Köln wollen Düsseldorf, das wäre auch nicht uninteressant. Aber na gut. Ja, ich würde sagen, das war ja dann doch so ein bisschen erfolgreich, wenigstens, ne? Und wie gesagt, schreibt mir mal hin. Als nächstes Düsseldorf oder als nächstes Mannheim. Also, bis dahin. Schausen. Das war eine Fahrt. Junge, Junge, Junge. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Musik. Das war eine Rekord.